So, mein Praktikum geht schon fast am Ende zu. Ich hatte einen sehr schönen Sommer, aber auch sehr streng. Streng vor allem, weil ich solche körperliche Arbeit und Gänge draussen, bei jedem Wetter schon nicht so gewohnt bin. Und schön vor allem, weil es mir einfach wahnsinnig gut hat gefallen. Ich durfte viele Dinge machen. Meine Chefin hat mich viel mit der Maschine fahren lassen. Ich habe die ganze Bodenbearbeitung mitbekommen nach der Ernte. Ich durfte sogar ansäen. Ich habe einfach in viele Sachen hineingesehen. Und hier Highlights rauszusuchen wäre auch ein bisschen schwierig. Ich bin sicher gerne in den Stall und helfe melken. Oder ein anderes Highlight war vielleicht noch, wo ich gegen Ende vom Praktikum dann doch noch alleine mit Traktoren und Anhängern hinter sie fahren konnte. Und jetzt heisst das Tschüss Melknoll, Tschüss Festi. Es war sehr schön hier. Es hat mir gut gefallen. Und ich komme sicher wieder vorbei und schaue, ob das Wachs angesagt habe. Tschüss zusammen!